Heute reden wir über eine größere Story-Arc aus der Comic-Reihe Jedi-Chroniken, im Original Tales of the Jedi. Eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich habe die ersten paar Story-Arcs bereits reviewed. Das ist jetzt ein, zwei Jahre her, also lasst uns nochmal kurz zusammenfassen. Tales of the Jedi war eine wirklich große Reihe in den 90ern, geschaffen von Tom Veitch, welcher ja bereits das Dunkle Imperium geschrieben hatte und in das Dunkle Imperium gab es schon Andeutungen zu Old Republic, Lore und Zeug, dass er in dieser Reihe weiter ausarbeiten würde. Und es erschienen zunächst drei Story-Arcs, der Onderon-Krieg, die Saga von Nomi Sunrider und der Freedon-Net-Aufstand. Und die waren alle relativ kurz. Das längste davon war die Saga von Nomi Sunrider, die war drei Einzelausgaben lang. Also es sind wirklich eher, es sind Zweiteiler und dann Nomi Sunrider, wie gesagt, drei Ausgaben. Äußerst kurze Story-Arcs. Aber die, über die ich heute reden möchte, war die erste längere, sechs Ausgaben lange Story-Arc. Nämlich die Lords der Sith, im Original Dark Lords of the Sith. Und nach, ähm, die Lords der Sith folgte der Sith-Krieg. Darauf folgte dann die Erlösung. Und darauf folgten zwei Prequel-Story-Arcs, die ich bereits reviewt habe. Das goldene Zeitalter der Sith und der Untergang der Sith. Und die spielen, keine Ahnung, tausend Jahre vor der Haupt-Story in Tales of the Jedi. Sie sind immer noch Teil der Reihe Jedi-Chroniken. Aber sie sind Prequels und haben nicht allzu viel zu tun mit dieser Haupt-Story hier. Also kommen wir direkt zur Story. In den ersten drei Story-Arcs wurden uns die Charaktere von Ulik Queldroma, seinem Bruder Kay Queldroma und eben Nomi Sunrider vorgestellt. Und sie sind auch weiterhin unsere Hauptcharaktere. Natürlich tauchen auch viele Nebencharaktere aus diesen Stories hier wieder auf. Ich muss aber sagen, ich habe die Lords der Sith für sich alleinstehend jetzt mal gelesen. Normalerweise starte ich am Anfang der Reihe und lese dann komplett durch. Aber ich bin hier jetzt mit dieser Story-Arc wieder eingestiegen. Ich habe die vorige Arc, habe ich ja noch gut im Kopf. Das passt ja. Und in der Hinsicht muss ich sagen, dass hier, man kann mit dieser Story-Arc sogar anfangen, wenn man möchte. Sie funktioniert, sie ergibt genug Sinn für sich alleinstehend. Natürlich macht es Sinn und es hilft ungemein, wenn man die vorigen Reihen liest von Jedi-Chroniken. Selbstverständlich. Aber das hier, Lords der Sith als für sich stehendes Werk, ist durchaus zugänglich für Newcomer. Gut, also zunächst mal zum Art-Style der Kunst in diesen Comics, den Zeichnungen. Ich habe über Zeichnungen an sich nicht viel zu sagen. Mir gefallen die Designs von so ziemlich allem hier drin. Jedi-Chroniken ist meiner Meinung nach die beste Serie. Wenn es darum geht, Star Wars, besonders die alte Republik, die graue Vorzeit, auch tatsächlich antik aussehen zu lassen. Das hier fühlt sich weiterhin an. Okay, du siehst dir diese Zeichnungen an und du denkst dir, okay, das ist Star Wars. Ich erkenne es. Aber es fühlt sich antik an. Es ist uralt. Lange, lange vor den Filmen. Das gefällt mir. Das ist gut. Das ist besser als bei Dawn of the Jedi, obwohl ich die Reihe mag, oder Knights of the Old Republic. Die sehen einfach moderner aus. Und das gefällt mir nicht so sehr. Es fühlt sich für mich so an, als würden diesen Comics die eigene Identität fehlen. Zu einem gewissen Grad. Was das Design der Welt und der Sachen an sich angeht. Ihr wisst schon. Aber Jedi-Chroniken setzt das hier fort. Es sieht alles sehr schön alt aus. Und nun zu unserer Hauptstory. Die Lords der Sith beschäftigt sich im Grunde mit zwei Handlungssträngen. Zum einen wird die Handlung rund um Ulik Queldroma weitergeführt. Und Nomi Sunrider und die anderen Charaktere aus den vorigen Storys spielen da auch eine Rolle. Zum anderen bekommen wir einen Handlungsstrang um einen neuen Charakter, neu innerhalb dieser Reihe, Exa-Kun. Ein weiterer Jedi-Ritter. Exa-Kun kennen wir natürlich bereits aus Cavinger Andersons Jedi-Akademie-Trilogie. In welcher sein Geist in den Tempeln auf Jabin 4 herumspukt. Und er ist einer der Bösewichte in dieser Trilogie, welche ja nach Episode 6 spielt. Und hier kommen wir schon mal zu etwas sehr Positiven. Die Verknüpfungen sind natürlich großartig. Cavinger Andersen, welcher ja die Jedi-Akademie-Trilogie geschrieben hat, hat sich mit Tom Veach zusammengesetzt und sie haben sich entschlossen zusammenzuarbeiten. Die vorigen Storys, also der Onderon-Krieg, die Saga von Nomi Sunrider und der Freedom-Nut-Aufstand, waren allesamt von Tom Veach alleine geschrieben worden. Mit dieser Story-Arc hier, die Lords des Sith, kommt Kevin J. Anderson als Autor, Co-Autor mit hinzu. Und ich habe keine Beweise, ich habe auch nicht weiter recherchiert, was das angeht, aber ich nehme mal logischerweise an, dass Kevin den Großteil der Exa-Kuhn-Storyline geschrieben hat. Wie dem auch sei, das ist definitiv ein Highlight. Die Verknüpfungen zu anderen Werken, wie hier die Comics mit den Büchern bereits verbunden werden, großartig. Was die Storyline an sich angeht, sie gefällt mir durchaus. Wir treffen Exa-Kuhn erstmals, als er im Holocron seines Meisters über die Sith recherchiert. Und sein Charakter wird sofort etabliert und klargestellt, was es mit ihm auf sich hat. Er denkt, er ist besser als alle anderen, er ist ein Klasse-Jedi und er will mehr wissen. Er denkt, er ist bereit dafür. Und deswegen stellt er Nachforschungen über die Sith an. Dabei greift er langsam immer mehr und mehr zu fragwürdigen Methoden und trifft schließlich auf den Geist von Friedan Nutt, welcher ihn weiter auf den Weg der dunklen Seite führt. Und im Grunde ist das hier die Origin-Story, wie Exa-Kuhn zum dunklen Lord der Sith wurde. Der zweite große Handlungsstrang beschäftigt sich mit den Jedi-Rittern rund um Ulik Queldroma und Nomi Sunrider. Es gibt eine Krise im Kaiserin-Theta-System, welches wir schon kennen aus den vorigen Comics, vor allem in Goldenes Zeitalter der Sith und Untergang der Sith hatte seine Rolle gespielt. Dort kam es zu einem Putsch und eine Sith-ähnliche Sekte, die sich die Cruf nennen, haben dort die Kontrolle an sich gerissen. Die Cruf werden angeführt von einem adeligen Schnösel und seiner Cousine. Und diese beiden Charaktere wurden schon eingeführt im Friedan Nutt-Aufstand. Und da wurde uns auch schon gezeigt, wie sie in Kontakt mit dem Geist von Friedan Nutt traten und einige Sith-Artefakte in ihren Besitz brachen. Und nun wird das hier fortgesetzt. Und dieser Sith-Kult, keine richtigen Sith, aber Anhänger der dunklen Seite, die Cruf, sie erklären den Jedi-Rittern quasi den Krieg. Und Ulik Queldroma schmiedet daher einen Plan, die Cruf von innen heraus zu vernichten, indem er ihre Organisation infiltriert. Eine seiner Hauptmotivationen dafür ist, dass während eines Anschlags dieses Kultes sein Meister Arca getötet wurde. Und so beginnt sich Ulik bei den Cruf einzuschleichen. Und langsam aber sicher verfällt er wohl wirklich der dunklen Seite. Und Nomi Sunrider und sein Bruder Kay wollen ihn dann da rausholen. Auch diese Storyline hat mir sehr gefallen. Und mir gefallen die sehr offensichtlichen Parallelen zu Tom Veachs Erstlingswerk in Star Wars, das Dunkle Imperium, als Luke sich auch einen ähnlichen Plan ausdenkt, um sich beim Imperator einzuschleichen, die Sith von innen heraus zu vernichten. Unterschied ist, bei Luke hat das geklappt. Bei Ulik Queldroma? Nicht so ganz. Ganz am Ende treffen diese beiden Handlungsstränge schließlich aufeinander. Denn dann begegnen sich Exa Kun und Ulik zum ersten Mal. Und die beiden werden vom Geist eines Sith Lords zu den neun dunklen Lords der Sith erhoben. Also Exa Kun ist der DER dunkle Lord der Sith. Und Ulik Queldroma wird sein Sith Schüler. Und somit endet es mit einem Cliffhanger, das dann direkt in den nächsten Band führt, DER SIF-KRIEG. Was dann diese ganze Storyline beenden wird. Hierbei finde ich es sehr interessant, wie Tom Veach und Kevin Anderson irgendwie die Regel der Zwei vorausgesehen haben. Etwas, das sich George Lucas erst wesentlich später für die Prequels ausdenken würde. Man muss hier sagen, Veach und Anderson haben mit George Lucas zusammengearbeitet. Als es zum Ausarbeiten der Sith-Kultur und allem möglichen kam. Sie haben ihm quasi einen Haufen Fragen geschickt. Und basierend auf George Lucas Antworten, haben sie dann diese Sith-Kultur und alles, was wir in Jedi-Chroniken sehen, entworfen. Ist es somit also möglich, dass George Lucas damals schon die Idee hatte mit der Regel der Zwei? Ihr kennt mich, ich bin keiner von diesen Spinnern, die behaupten, George Lucas ist ein visionäres Genie, er hatte immer alles ausgeplant, er war genial. Nö, 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 war er nicht. Er hat sich vieles in letzter Sekunde aus dem Arsch gezogen und sehr, sehr, sehr viele seiner Ideen sind einfach nur Müll. Aber es ist mir hier schon aufgefallen, dass... Wir wissen, George hatte einige Ideen im Voraus. Ich gebe ihm so viel, okay? Also ist es vielleicht im Bereich des Möglichen, dass er eine vage Idee hatte, dass er zwei Sith haben wollte. Vielleicht hatte er da schon gedacht, oh, basierend auf Palpatine und Vader in der Original-Trilogie sind ja auch nur zwei. Wer weiß, wer weiß. Also insgesamt die Lords der Sith, es ist eine gute Story. Mir gefällt sie sehr, mir gefallen die weiteren Charakterentwicklungen, mir gefällt die Story, Mir gefällt Exa Kun in diesem Comic wesentlich mehr als in der Jedi-Akademie-Trilogie. Da ist es natürlich nur sein Geist, aber er hat sowas von keine Präsenz in der Trilogie und nichts zu tun und er ist einfach dumm und ich hasse, wie er geschrieben hat, weil es ist Kevin Janderson. In der Hinsicht muss ich aber auch sagen, Kevin Janderson ist scheiße, wenn es dazu kommt, Bücher zu schreiben. In Sachen Comics macht er einen besseren Job. Und über den Beweis dafür reden wir dann das nächste Mal mit der Sith-Krieg. Sozusagen das Pay-Off für all das Set-Up, das dieser Comic darstellt. Dieser Comic ist ja im Grunde nur die Rückkehr der Sith. Und was sie dann machen, passiert in der nächsten Story-Arc. Welche Kevin Janderson alleine geschrieben hat, den Sith-Krieg. Denn Tom Veach zu der Zeit ist bei Lucasfilm abgesprungen und Kevin musste das Ganze dann allein zu Ende bringen. Aber er hatte immer noch Tom Veachs Notizen und das Outline, das sie da gemacht hatten. Und er konnte sich daran orientieren. Also die dunklen Lords der Sith, absolute Empfehlung. Großartiger Comic. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Sith-Krieg. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Sith-Krieg.